Willkommen bei der Oli-Vebrationstechnik GmbH in Hünfeld und Daubern, einer kleinen Gemeinde am Fuße des Traunus. Selbstverständlich erfüllen wir auch Sonderwünsche in Form von Geräteanpassungen und Ausstattungen. Wenn es einmal ganz besonders schnell gehen soll, packt jeder mit an, um auch die unmöglichsten Termine zu realisieren. Mit modernsten Kommunikationsmitteln die Sendung ist fertig, ist zum Abholen bereit. Wenn Sie zu zweit sind, alle hätten den Körper fest, in der anderen machen Luftraum zu, dann werden Sie sehen, wie das funktioniert, vom Prinzip her, dass das Flugzeug passiert. Und unserem großen Lagerbestand haben wir den Anspruch, immer schneller zu sein als die anderen. Testen Sie uns!